ja vielleicht werde dir wissen wer vergessen wurde 5 impossible requests wenn er nicht davor stirbt das will extra leben damit mache ich eh keine extra punkte mehr das reicht nicht mehr aus für ein neues extra life auch wenn das ziemlich viel ist was ich jetzt gerade bekomme aber trotzdem ist leicht nicht ja servus dürfte sehr knapp werden ja da haben wir ehren ich hatte ja keine bomben jetzt hast du wieder welche und sie steht ganz alleine da naja fast ja das ist ein galaxy in a pot wow aber da muss ich im kreis sein ok extra bombe und volles leben gut und und da ist sie sie ist die letzte die ich übersehen habe die e eternal moon princess kaguya hurai san ah ja das ist genau das ist interessant ein leben und eine bombe Schaut, du gehst! Ja, ich lese gerade interessant die Konversation, falls ich da so ruhig bin. Ich meine, wir kennen sie ja noch nicht von da her. Joa, an sich nicht. Oh Gott. Nein, nein. Bunter Haufen hier. Ja. Ah, die Bombe war unnötig. Impossible Request Dragon Snackless. Wie, warte, Moment. Wie weicht man der nochmal aus? Das sieht nicht so gut aus. Und ich kann den Leser nicht unnötigen. Naja, noch kommt früher durch. Ja. Ich muss auch sagen, dass sie eine doch recht interessante Story hat. Findest du? Irgendwo schon, ja. Na ja, sagt er ja nichts gegen. Gott, sie ist umhüllt von blauen Kügelchen. Impossible Request. Bull has Stonebowl. Oh, die kommen schnell. Oh, gut, dass da jetzt keine Leser waren. Und hier. Und da war einer. Wow. Ouch. Okay. Okay. Bad Ending. Ist nicht. Jemals. Na, schau mal, was kann ich denn noch machen? Nein, neben mir. Ein Leben mehr. Oh, nur ein Leben. Weil das lass ich mich nicht auf mir sitzen. Dome Kuh.